Das andere war nicht so schöne Geschichte, ist nämlich hier Zero, die Intermittent Fasting App, benutze ich jetzt sehr, sehr mit großer Freude seit, seit elf Monaten. Ja. Also ich benutze sie ein bisschen länger, aber eingeworfenes Geld habe ich vor elf Monaten. Diese elf Monate habe ich diese erweiterten Statistiken sehr genossen und habe mich da dran gehalten und habe dieses Intermittent Fasting mit diesem Intervallfasten mit diesem Ding gemacht. Und ich habe an diesen Statistiken, ich habe in meinen Augen diese Statistiken betrachtet und habe erkannt, wie ich abnehmen kann und es funktioniert und es ist quasi ohne Anstrengung. Ich kann Burger fressen, wie ich will. Es ist einfach eine Freude. So hatte ich die ganze Zeit. Doch, die ganze Zeit. Außer in diesen Pausen. Ja, ja, ja. Außer in diesen vielen Stunden. Vier Wochen am Stück. Und diese Statistiken waren also das Ding. Das war der einzige Grund für diese App zu bezahlen. Und der normale Preis sind so 70, 80 Euro, was die haben wollen. Wenn du den Rabatt, irgendwie den Rabatttag erwischst, dann sind es 45 Euro oder sowas. Ich habe an 45 gezahlt. Und diese Statistiken waren so angezeigt mit so verschiedenen farbigen Balken. Nämlich so der Teil, der erste Teil, so die ersten 19 Stunden, dann die nächsten vier Stunden, dann die nächsten, was auch immer. Ich habe es mir nicht gemerkt, weil das hat ja die App für mich ausgerechnet. So fantastisch. Und dann hat er auch den Status angezeigt. So Schrauben, Schlüssel, dann eine Flamme und dann die Avocado. Wenn du einen Avocado-Status hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Natürlich. Das ist wie im echten Leben. Wenn du Avocado siehst, als nächstes gibt es einen Burger. Ja, korrekt. Oder eine Pizza. Oder einen Döner. Oder so Chips. Oder Pommes. Oder was aus dem Air Fryer. Was machen sie jetzt? Sie schmeißen die Statistiken raus. Komplett raus? Also nicht nur, dass sie die jetzt nicht neu erstellen, sondern sie haben auch meine alten Statistiken, die ganzen Graphen sind weg. Haben sie mir weggelöscht. Warum? Gibt es einen Grund dafür? Habe ich beim Support nachgefragt, habe ich eine mittelunfreundliche E-Mail geschrieben. So, hallo, wo sind meine Statistiken? Und ich kriege jetzt mein Geld zurück oder sowas? Ja, vier Euro kriegst du zurück, weil du hast ja schon elf Monate von deinem... Okay. Okay, egal. Die Kundschaft war verwirrt. Zu viele Zonen sind zu verwirren. Deswegen haben sie die Zonen ersetzt durch eine und zwei und drei Flammen. Die aber nichts machen. Die stehen da nur in diesem Kreis. Das macht einfach gar nichts. Es wird auch nicht statistisch ausgewertet. Da ist einfach nur so eine Flamme jetzt. Hm. Ist Flamme gut? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Bedeutungslos. Ist Flamme wie Avocado? Nee. Okay. Die Flamme geht einfach nach 15 Stunden los. Wahrscheinlich aber doch je nach... Nach 15... Ja, okay. 15 Stunden fast. Und dann bist du irgendwie dann in der... Wie ist die Zone? Ja. Das ist auch gar nicht. Das ist zu spät, gerade für solche Zonen noch wissen. Aber das ist das Problem. Das Problem mit Nerds. Weil die interessieren sich dann für sowas. Und das Problem mit Nerds ist aber auch, dass sie sehr wenige sind im Vergleich zu den vielen Leuten, die keine Nerds sind. Und dann sagst du, okay, die ganzen anderen Leute, die wollen nur wissen, bin ich jetzt schon in der Zone, wo mein Körper hier verbrennt? Verbrennt. Noch mehr verbrennt. Und mich nervt gerade, dass ich auf den Begriff nicht mehr komme. Aber Idee ist, was die Idee ist. Und dann machst du natürlich das, was die meisten Leute irgendwie gut finden. Und wo die... Was die toll finden. Und dann schmeißt du dir das ganze andere Zeug weg, weil musst du ja auch maintainen. Ja. Also ist jetzt schon eh klar, dass ich das nicht verlängere, das Abo. Es gibt auch alternative Apps. Ja, es gibt SorryFasty, es gibt andere solche Health-Irgendwas-Apps, die so ähnliche Sachen auch tracken. Aber ich fand diese Statistik sehr aussagekräftig. Und ich konnte genau sehen, so wenn ich sehr viel Avocado habe, dann mehr abgenommen. Wenn ich wenig Avocado habe, dann weniger abgenommen. Und das ist leider jetzt... Das funktioniert bei mir leider genau andersrum. Was? Wenn ich sehr viel Avocado hatte, dann habe ich nicht abgenommen. Du sollst die aber nicht in der Avocado-Zone essen, sondern erst danach. Ich bin quasi konstant in der Avocado-Zone. Auf jeden Fall ist das schlecht. Dann habe ich ja geguckt, kann man denn zum Beispiel die vergangenen Fastings, kann man die bei Fast, die importieren? Und der hatte das mal vorgesehen. Der hat sich dann auch nach der Sendung neulich bei uns gemeldet. Hat gesagt hier, hallo, danke für die Dingensbesprechung bei uns. Aber der Zero, der hat seinen Datenexport-Format verändert. Von einem übersichtlichen CSV in 5 Megabyte JSON. Und das steht da drin, das kann man sich exportieren. Vielleicht muss da mal der Chat-GPT einen Export dafür schreiben, dass der das wieder nach CSV zurück konvertiert. Und dann kann man das vielleicht in den Fastie reinstecken. Und dann hat man vielleicht seine alten Statistiken wieder. Aber das ist ein ganz, ganz großer Dreck. Aber brauchst du die alten Statistiken denn? Brauchen ist jetzt übertrieben. Okay, ich wollte nur mal ... Also, dass man da schon mal durchscrollen könnte, ist ja das eine. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so, weißt du, ich habe jetzt ... Ich habe mir ein altes Hosenbein umgenäht und habe dafür eine ganze Neuhose rausbekommen oder so. Ist ja auch irgendwie ein Statistikersatz, den man haben kann. Man muss auch dazu sagen, dass die Statistiken in der Zero-App, als sie noch vorhanden waren, oftmals falsch waren. Weil der hatte Probleme mit die Monate richtig aufzählen. Das war öfters mal so September, Oktober, Oktober, November, Dezember, Dezember. Ja, gut, die haben das halt mit Excel gemacht. Das ist einfach so ... Naja, etwas enttäuschend, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet. Wenn man diese Avocado-Zone erreicht, ich kann euch jetzt nicht sagen, wo die ist, aber seid ihr auf euch selbst gestellt, es funktioniert. Und das ist dann sehr angenehm, wenn man abnehmen möchte. Wenn man zu mitnehmen möchte, weiß ich nicht, was man machen muss. Ja, dann muss man die Avocado-Zone einfach nur anders benutzen. Und mit den Burgern auch hinterher machen direkt. Okay, gut.